Das Testergebnis ist unerwartet. Geht's dem Kind gut oder nicht? Es tut mir leid. Aber alles weist auf Trisomie 21 hin, Dorn-Syndrom. Es heißt, wir kriegen ein behindertes Kind. Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Eine Schwangerschaftsunterbrechung ist bei dieser Diagnose eine ganz übliche Sache. Sie kommen und gehen. Aber den Apfelkuchen werden wir alleine essen. Hallo. Ich habe Ihre Telefonnummer auf meiner Hand. Ich möchte mit dir die Welt erobern. Zuerst El Salvador und dann den Rest. Herr Weichenhoff. Geben's mir bitte schönes Tempo. 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 Das neue deutsche Mnatzmagazin. Tempo. Hass und Liebe. Sturm und Drang. Angst und Lust. I love Tempo-Po-Po-Po. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.